Hallo, in diesem Video nur eine kleine Information, eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshof. Mit durchaus Auswirkungen auf ACTA. Die GEMA liebt ja anerkanntermaßen jeder in Deutschland und besonders unsere Zuschauer auf YouTube. Und genauso wie es die GEMA in Deutschland gibt, gibt es zum Beispiel auch ein Äquivalent der GEMA in Belgien. Nennt sich Sabam und klagte in Belgien durch alle Instanzen bis zum obersten Europäischen Gerichtshof. Verklagt wurde ein soziales Netzwerk mit dem Namen Netlog. Netlog ist zwar nur ein lokaler Player, also auf Belgien begrenzt, aber im Grunde ist es genau das gleiche wie jedes andere soziale Netzwerk, zum Beispiel Facebook oder auch YouTube. Denn es wurde vorgeworfen, dass Netlog es nicht unterbindet, dass Nutzer urheberrechtlich geschütztes Material austauschen oder hochladen. Verlangt wurde, dass Netlog einen Filter installiert, der vorher jede Datei, die hochgeladen wird, scannt. Die Zuschauer, die unsere ACTA-Videos gesehen haben, dürften hier erkennen, dass das einer der Punkte war, die ACTA forderte. Die ACTA allerdings nicht direkt in das Gesetz einbauen wollte, sondern, wenn Sie sich daran erinnern, man wollte die Regierungen dazu bringen, sanften Druck auszuüben, dass die sozialen Netzwerke mit den entsprechenden Rechteinhabern freiwillig in Anführungsstrichen zusammenarbeiten. Also durch die Hintertür sollte da ohne gesetzliche Grundlage trotzdem ein Filter eingerichtet werden. Nun, das wird wohl so jetzt nicht mehr ganz funktionieren, denn der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass es einem sozialen Netzwerk nicht zuzumuten ist, einen Filter einzurichten. Das heißt, kein Filter für Netlog, kein Filter für Facebook und natürlich auch kein Filter für YouTube. Laut den Richtern ist ein Filter nicht mit der Europa-Richtlinie für Datenschutz sowie Empfangs- und Sendefreiheit vereinbar. Das heißt, solange die Richtlinie nicht geändert wird, kann der Teil von ACTA nicht eingeführt werden beziehungsweise nicht durchgesetzt werden, da die entsprechenden Provider, egal ob jetzt soziales Netzwerk oder einfach nur Internetprovider, sich immer darauf berufen könnten, dass man solch einen Filter nicht einführen darf, weil so hat es ja das Gericht entschieden. Also auf jeden Fall ein sehr schöner Erfolg für die Bürger Europas. Und damit schwarz auf weiß oder direkt aus dem Gerichtssaal, dass ACTA gegen Europarecht verstößt mit seinen Forderungen. Für den 20. April wird sowas ähnliches auch in Deutschland erwartet. Die GEMA hat YouTube verklagt. Und hier liegt der Fall ganz ähnlich. Die GEMA hat in ihrer Klageschrift aufgeführt, dass zwölf Musikstücke unter keinen Umständen jemals wieder zu YouTube hochgeladen werden dürfen. Und die Position von YouTube ist, wir haben den Content-ID-Filter, das muss reichen, da kann jedes Musikstück erkannt werden. Und die GEMA sagt natürlich, das reicht noch lange nicht, denn es gibt Möglichkeiten, wie das gleiche, die trotzdem hochgeladen werden kann. Als Beispiel wurde da wohl genannt ein Live-Mitschnitt. Und das Landgericht Hamburg hat für den 20. April eine Entscheidung angekündigt. Allerdings mit der Sabam-Entscheidung im Rücken ist es eigentlich völlig egal, wenn das Landgericht Hamburg sich gegen YouTube entscheiden würde. In dem Fall bräuchte YouTube oder Google einfach nur bis nach oben durchzukämpfen. Spätestens im Europäischen Gerichtshof, da würden sie dann wieder Recht bekommen. Also, keine Filter für soziale Netzwerke. Und ich schätze mal, da ist es nicht zu weit gegriffen, wenn man dann halt auch sagt, keine Filter für andere, zum Beispiel eben ganz normale Blogs oder natürlich auch die Internetprovider. Also, ein guter Tag für die Bürger. Auch wenn es recht traurig ist, dass die einzigen, die die Rechte der Bürger schützen, offenbar die Richter sind. Während die Politiker immer noch glauben, dass Agda ja überhaupt kein Problem darstellt. Okay.